Hallo und herzlich willkommen bei der Küchenhexe. Wie man schon gesehen hat, heute gibt es eine Forelle. Und zwar gebratene Forellenfilets mit einer Riesling-Schaumsoße. Dazu machen wir uns nur ein paar Würfelkartoffeln, die habe ich mir schon aufgestellt. Und als Gemüsebeilage einen Back Choy, den habe ich nämlich gestern am Markt schon bekommen. Das ist ganz ein ganz tolles Gemüse. Der Back Choy ist ein Senfkohl, heißt das eigentlich auf Deutsch. Der ist verwandt mit dem Kinnakohl. Und die Blätter, die sind so ähnlich wie Mangold, so schmecken sie auch ein bisschen. Das ist eigentlich ganz ein leichter, loser Kohl. Da sind die Blätter halt nicht so fest zusammen, sondern so lose. Und das ist ganz ein tolles Gemüse. Und das ist ratzfatz gemacht. Wie gesagt, wir machen da einen Riesling-Schaum dazu. Und das werden wir zuerst machen. Diese Rhein-Basissauce, die habe ich auch schon mal gemacht. Und da haben wir auch ein Video. Und wenn man das jetzt mit dem Riesling macht, das zeigen kann es. Da habe ich mir schon mal einen Topfer aufgestellt. Da geben wir ein bisschen Butter hinein. Und da werden wir uns ein bisschen Zwiebeln leicht glasig anschwitzen. Das ganze Gästnetz mit einem bisschen Zwiebeln leicht glasen. Das ist ein bisschen ein Riesling vom Absteinkali auf. Den habe ich mir gestern oben so aufgemacht und da ein Glas drücken. Und dann muss er natürlich heute gleich weiterverwendet werden. Der Absteinkali, kann man im Internet nachschauen, hat übrigens wunderbare Weine. Das lassen wir jetzt ganz leicht einkochen. Dann geht es weiter. Da sieht man schon, das ist schon leicht sirupartig eingekocht. Und jetzt geben wir gleich ein bisschen Gemüsefond drauf. Ich habe mir da einen eingefroren. Der ist sogar noch ein bisschen heiß dabei. Ich mache mir da immer ein bisschen was auf Vorrat. Wenn ich mehr als Gemüse mache, dann tue ich die Schäden und die Abschnitte so. Die tue ich dann immer einmal, zweimal aufkochen. Ein bisschen Würzen. Lorbeer und Wacholder und alles Mögliche dazu. An Gewürze und da kriegt man einen herrlichen Gemüsefond aus. Und das ist immer praktisch bei Soßen zum Aufgerissen. Früht man sie dann ein. So, das lassen wir jetzt auch wieder aufkochen. Und ein bisschen einkochen. Jetzt wollen wir uns unsere Forelle in der Zwischenzeit ein bisschen herrichten. Natürlich kann man sie im Ganzen auch braten. Das ist ja herrlich. Aber wir werden uns heute filetieren. Schaut ein bisschen eleganter aus heute. Zum Filetieren schneide ich einfach da hinter die Kiemen mit ein bisschen einem scharfen Messer. Das habe ich mir da vorher ein bisschen geschliffen noch. Schneiden wir das einmal so ein. Und dann fahren wir einfach entlang der Gräten. Und da vom Rücken fahren wir einfach entlang mit dem Messer einfach einmal so heraus. So, das geht ganz einfach. Und schon hat man ein wunderschönes Forellenfilet. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Da muss man einfach ein bisschen schauen. So. Ich halte mir da den Bauchlappen mit dem Zeigefinger ein bisschen auf. Dann komme ich da gut rein mit dem Messer. Und so fährt man wieder einfach dem Rücken entlang da. So. Wunderbar. Ist jetzt nicht ganz wunderschön gelungen, aber es geht. Das werde ich dann ein bisschen auskochen. Und das kriegt dann die Katze. Die Filets werden wir uns da noch ein bisschen sauber machen. Schauen, dass keine Gräten. Da sind noch ein paar Gräten. Fährt man einfach ganz leicht hinter die Gräten hinein. Und so schneiden wir die Wasser. Das ist ganz einfach. Immer wieder greifen, dass keine Gräten sind. Das ist auch noch nicht. So. Dann einfach da bei der Mitte. Da greift man auch noch einmal von der Seite, ob keine Gräten sind. So. Und das spürt man sofort beim Finger, wenn da welche sind. Ich habe jetzt da gemerkt, dass da sind ein paar Gräten im Fleisch. Nur da so ein Stückchen. Und da mache ich jetzt gerade so einen kleinen V-Schnitt. Und schneide das einfach dieses Stück heraus. Beim Braten zieht sich das dann wieder zusammen. Und man sieht gar nichts, was man da eigentlich gemacht hat. Da sieht man, es sind ein bisschen mehr Gräten drauf. Einfach wieder mit dem Messer ganz vorsichtig und ganz leicht nur hinter diese Gräten hineinfahren. Und so kommen die wunderbar entgräten. Den Bauchlacken wir ein bisschen wegschneiden. Und schon hat man wieder ein wunderbares Filet. Der Gemüsefohr ist jetzt da auch ein bisschen eingekocht. Und jetzt geben wir ein bisschen eine Sahne dazu. Und das lassen wir jetzt auch wieder ein bisschen einköchen. Jetzt werden wir aber leicht salzen. Ein bisschen Pfeffer. Ich gebe ein bisschen von meiner Hexendürze dazu. Man kann auch ein bisschen Gemüse-Suppen-Pulver einigen. Oder auch nur salz-pfeffer. Geht ja genauso. Und das lassen wir jetzt leicht so dahin köcheln. Dann schauen wir mal jetzt unsere Kartoffeln. Die brauchen auch noch ein bisschen. Und jetzt werden wir uns schon mal die Pfanne vorbereiten für unseren Back-Joy. So. Da geben wir ein bisschen Butter hinein. Den Back-Joy. Ich schneide da unten nur den Strunk. Sieht man, da ist ein bisschen schmutzig. Das schneide ich da ein bisschen weg. Aber ich schneide nicht ganz weg. Damit das Innere einfach ein bisschen zusammenbleibt. Das schaut nämlich ganz wohl aus. Dann schauen wir mal, ob ein schmutzig ist. Und den waschen wir mit kaltem Wasser einfach. Und dann schneide ich den einfach nur so bei der Mitte durch. Schaut toll aus. So, die Butter ist schon ein bisschen zu laufen. Sollte nicht ganz heiß sein, da die Pfanne für unseren wunderbaren Back-Joy. Den geben wir jetzt einfach so in die Pfanne. Für den Ganzen ist es mal was anderes. Dann würzen wir ihn ganz klein mit ein bisschen Salz. Ein bisschen Fett. Gemahlen. Entschuldigung. Fett aus der Mühleinabilder. Gemahlen. Und natürlich meine Hexenwürze. Übrigens, meine Hexenwürze ist eigentlich ein Umami-Gewürz. Das, was es halt jetzt gibt. Ich habe da eins Umami von der Firma Spice World. Das ist im Prinzip dasselbe. Also Umami-Gewürz. Eigentlich ist das ganz ein natürliches Aromat. Einen Geschmacks verstärkt hat. Und die hat man halt selber gemacht. Und zu dem Back-Joy passt wunderbar ein bisschen Orangenzesten. Habe aber leider keine Bio-Orange gekriegt. Jetzt greife ich wieder zurück auf dieses Dr. Oetka Orangenzesten. Einfach ein bisschen drauf. Das passt hervorragend zusammen. Das ist ganz ein lässiger Geschmack. Die Kartoffelwürfel habe ich mir ja ein bisschen vorgekocht. Und die gebe ich mir jetzt so einfach ein bisschen in eine Putze hinein. Und so lassen wir es gleich anbraten. So gehen wir ganz kurz bisher von dieser Gemüsebrühe, vom Gemüsebrühe drauf. Dass das einfach leicht ist, dass das einfach leicht ist, dass das günstig ist. So. Die Pfanne für den Fisch habe ich mir schon vorbereitet. Aber jetzt werden wir zuerst mal schnell unsere wunderbare Riesling-Soße fertig machen. Und zwar gehen wir hier einmal kurz mit dem Mixstab hinein. Den mixen wir einmal kurz durch. Damit die Zwiebelstücke weg sind. Wir werden uns jetzt ganz leicht eindicken. Ich habe mir da ein bisschen meine Zähne angerührt. Da braucht man gar nicht viel. Ich gebe das immer so in kleine Mengen hinein, dass man es ja nicht zu dick macht. Soße sollte nicht zu dick sein. Und wir können es ja sowieso dann, bevor wir es dann anrichten, nochmal kurz aufmixen. Damit wir eben ein Schäumchen haben. So. Die passt jetzt schon, die Konsistenz. Die ist schön in Ordnung. So. Sehr gut. Dann gehen wir uns zu unserer Bachforelle. Übrigens eine Tirolerin. Auf das schaue ich eigentlich immer. dass ich so Sachen immer regional kaufen kann. Das ist einfach ein tolles Gefühl beim Essen. Die werden wir uns ganz leicht salzen. Da habe ich jetzt in meiner Eisenpfanne ein bisschen Olivenöl reinigen. Anbraten durchs Leber mit Olivenöl. So. Die Forelle oder generell ein Fisch, wenn ich eine Haut dabei habe, bin ich immer auf der Hautseite braten. Nur auf der Hautseite. Und zwar lasse ich den jetzt so lange, bis er fast gar ist. Man sieht jetzt da schon außen, natürlich, was so dünn ist, ist er natürlich schon durch. Da dauert es noch ein bisschen. Nicht zu großer Hitze. Da dauert es noch fünf, sechs. So wäre das optimal. Da gebe ich jetzt ein bisschen Kräuterbutter dazu. Das wäre ein guter Geschmack. Die Kräuterbutter haben wir auch im Video schon. Das ist auch ganz toll. Und die Kräuterbutter gebe ich da auch noch ein bisschen ein, zu meinem Backjoy. Das ist auch ein bisschen Kräuterbutter. Der Fisch ist jetzt auch gleich fertig. Im Sichtschub noch mehr Leifrose. Die Kartoffeln sind auch schön knusprig. Wir wollen noch eins probieren. Kälbchen. Und jetzt werden wir unsere Riesling-Sauce noch einmal aufmixen. Und lassen wir ein bisschen ein Schollchen zusammen. Ganz einfach. Beim Mixen immer ein bisschen Luft dazu rein mixen. Dann kriegt man auch einen Schaum. Das sieht man da eh schon gut. Wir werden sofort schaumig, gell? Wenn wir eine Luft dazu rein mixen. So, das ist jetzt fertig. Das Teller haben wir schon angewärmt. Jetzt riechen wir uns die ganze Sache ein bisschen mehr zu her. Dann werden wir uns diesen Backjoy ein bisschen aufs Teller drapieren. So. Und ein bisschen Füllungfall. Jetzt werden wir uns den Fisch. Einmal ganz kurz umdrehen. Und jetzt ist die ganz knusprig gehaut. Ganz kurz. Okay. Okay. Und ein bisschen was von unserem Riesling-Schaum. Das ist einfach vor dem Anriffen noch einmal ganz kurz ein bisschen Luft rein mixen. Und schon hat man ein tolles Schaumchen. Ja, vielleicht hat Ihnen heute meine Variante von dieser Tiroler Bachforelle mit dem Riesling-Schaum. Wenn Ihnen das gefallen hat. Da hat es mich gefreut, wenn Sie es nachmacht. Probiert es es aus. Es ist keine Hexerei. Und irgendwie ist es ganz ein tolles, schönes Essen, oder? Es schaut doch cool aus. Also, ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Gutes Gelingen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.